Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist Jörg Dechert mit einer neuen Folge, mit einer neuen Folge, das heißt Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Das ist eine neue Folge und das ist die vierte und letzte Folge über das Thema Fremdheit. Da haben wir schon jetzt dreimal drüber gesprochen, dreimal zusammen nachgedacht. Wenn Du das noch nicht gehört hast, noch nicht angeschaut hast, geh vielleicht nochmal zurück. Zieh Dir die letzten drei Folgen nochmal rein, weil ich glaube, dass das Spannungsfeld zwischen Fremdheit und Vertrauert hat eins ist, was unser ganzes Leben prägt. Du kannst Dir das Ganze einfach selber nochmal verdeutlichen, indem Du Dich erinnerst, wie war das bei meinem ersten Schultag, wie war das am ersten Tag in meinem neuen Job, in einer neuen Beziehung, in einer neuen Stadt, in einem neuen Verein, in einer neuen Kirchengemeinde. Immer dann, wenn wir in Fremdheit reingehen und wenn Fremdes uns dann vertraut wird, dann ist das immer Wachstumsfeld. Das ist immer eine Lernchance. Dann lernen wir das andere, die anderen neu kennen. Wir lernen uns selbst neu kennen. Und ich glaube, mit der Frage nach Gott, mit dem Glauben, mit dem Gottvertrauen ist das ganz genau so. Gott ist immer auch der Fremde, aber immer wieder wird, wenn ich Gott kennenlerne, wenn ich ihm vertraue, wenn ich ihm nachfolge, dann wird immer auch ein Stück von ihm vertraut. Gott zu vertrauen heißt, dass Gott mir vertraut wird. Ein Stückchen. Und diese Reise, die zieht sich so durchs ganze Leben, diese geistliche Reise, und sie ist in diesem Leben irgendwie nie so ganz richtig fertig. Und da möchte ich heute gerne in dieser vierten und letzten Folge aus dieser kleinen Fremdheitsreihe mit dir zusammen drüber nachdenken. Warum diese Welt in deinem Leben nicht das letzte Wort hat. Und warum du, auch wenn du dich manchmal fremd fühlst, in Gottes Augen unfassbar wertgeachtet bist. Und dass das am Ende zählt und am Ende über deinem Leben stehen kann. Wie in der letzten Folge 3, heute auch nochmal eher ein Lehrtext. Also keine Klage, keine Geschichte, sondern eine Art theologische Reflexion. Diesmal nicht vom Apostel Paulus, sondern von Petrus, dem Jünger mit der großen Klappe. Und der hat auch mal später dann einen Brief geschrieben an Christinnen und Christen, die sich in dieser unserer Welt zunehmend fremd gefühlt haben in ihrem Glauben. Unverstanden, ja sogar viel krasser diskriminiert, bedroht wegen ihres Glaubens, verfolgt. Und ihre Frage, mit der sie unterwegs waren, wie sollen wir das aushalten und wie sollen wir uns vor allem verhalten? Und was heißt es denn, Gott nahe zu sein in einer Welt, die das ablehnt, die das gar nicht versteht, die uns mit so viel Fremdheit konfrontiert und uns zu Fremden abstempelt? Worauf können wir hoffen? Was wird am Ende denn bleiben von unserem Glauben und von unserem Leben? Und Petrus schreibt ihnen einen Brief. Den Brief findest du in deiner Bibel im Schrank im Neuen Testament, den ersten Petrusbrief. Und ich lese dir aus Kapitel 1 mal die Verse 13 bis 15 vor. Petrus schreibt, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid, bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Gehen wir es mal durch. Vers 13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Petrus drückt hier aus, wichtig ist nicht, in welchen Umständen ihr lebt, wo ihr lebt und wie schwierig vielleicht manches gerade ist, sondern wohin ihr lebt, in welche Richtung eure Reise geht. Wohin entwickelt sich eigentlich euer Leben, eure Glaubensreise, euer Gottvertrauen. In welche Richtung zielt euer Leben. Denn die Umstände, so schwierig sie jetzt gerade vielleicht auch sind und vielleicht auch für dich gerade jetzt in dieser Woche sein mögen, die Umstände werden nicht für immer so bleiben. Die Umstände werden nicht das letzte Wort über dein Leben haben. Weil diese Welt und die Umstände, die Zustände in ihr nicht das letzte Wort haben werden, deswegen gibt es jemand anders, etwas anderes, was das letzte Wort über dein Leben haben wird. Das, finde ich, ist erstmal eine gute Nachricht. Denn, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mein Alltag ist immer wieder von Turbulenzen geprägt. Das ist eine Achterbahn. Leben ist Achterbahn. Leben ist manchmal auch ein bisschen gefährlich. Da passieren Dinge, die hast du nicht so gerne. Die machen uns das Leben schwer. Die drücken. Und es ist einfach gut zu wissen, diese Umstände, die werden nicht das letzte Wort haben, sondern Gott wird das letzte Wort haben über unser Leben. Dann, so schreibt Petrus das hier, wenn Jesus wiederkommt. Also, wenn für alle Menschen klar und sichtbar wird, was wirklich Sache ist. Die Wirklichkeit Gottes wird für jeden Menschen erkennbar sein. Und deswegen sagt Petrus, nicht einschüchtern lassen. Nicht einschüchtern lassen von Umständen und von Menschen und von Drucksituationen, die dir fremd vorkommen, die dich fremd empfinden lassen in dieser Welt. Bleibt einfach wachsam. Bleibt besonnen, schreibt er. Hoffnung ist angesagt, denn Gottes Gnade ist euch doch schon mal begegnet in der Zuwendung, die Jesus euch entgegenbringt. Und er wird es immer wieder tun. Diese Zuwendung wird euch immer wieder begegnen, bis ihr am Ende ganz bei Gott zu Hause sein werdet. Im Himmel. Das ist Gottes Ziel. Das Ziel ist in Sicht. Und deswegen, wenn das Ziel in Sicht ist, dann kann man auch ein Stück Fremde aushalten. Das ist so seine Logik. So wie wenn du auf dem Weg nach Hause bist und du gehst unterwegs vielleicht durch eine bisschen schlecht beleuchtete Straße oder es ist ein Unwetter oder du bist mega gestresst, was auch immer gerade da unterwegs passieren mag. Aber du weißt, irgendwann werde ich die Tür aufschließen und dann werde ich in mein vertrautes Zuhause kommen. Dann kann ich die Tür hinter mir zumachen und dann werde ich geborgen sein. Dann werde ich zu Hause sein. Das war ein bisschen das Bild, was Petrus hier verwendet. Und weil das das Ziel des Lebens ist, das Ziel eures Glaubens ist, sagt Petrus, das hat schon eine Auswirkung. Und deshalb lebt jetzt schon so, dass ihr auf dieses Ziel zusteuert. Es ist nicht egal, wie ihr jetzt umgeht mit euren Umständen. Vers 14. Lebt nicht so, als wärt ihr ziellos, so wie früher, als ihr gelebt habt, so als ob es Gott nicht gäbe. Da haben wir in der letzten Echtzeitfolge schon mal drüber gesprochen. Petrus schreibt hier von den eigensüchtigen Wünschen. Boah, das klingt so ein bisschen, muss man glaube ich übersetzen in unser heutiges Leben. Eigensüchtige Menschen. Eigensüchtige Wünsche. Ich und meine Vorstellung und mein Vorteil und mein Komfort und meine Lebensplanung und meine Ziele und mein Geld und mein, 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 mein. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind sehr viele Entscheidungen, die du und ich jeden Tag drauf treffen, genau von dem geprägt. Was will ich eigentlich? Wie will ich das eigentlich? Wie sehe ich das eigentlich? Mein, 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 mein. Und auf der einen Seite gehört es ja auch zur Würde und zur Reife eines Menschen, dass wir wissen, wer wir sind und was wir wollen, dass wir so unsere Maßstäbe haben und unseren inneren Kompass und unsere Pläne verfolgen. Aber es kann halt auch kippen. Es kann auch schnell eigensüchtig werden. Und das sein, was Petrus hier mit eigensüchtigen Wünschen meint. Das ganze Leben hat nur noch eine Richtung, nämlich eine, die eigentlich auf uns selbst gerichtet ist. Ich versuche, das irgendwie für mich alles möglichst gut zu machen. Ich versuche, das irgendwie für mich möglichst komfortabel zu machen. Ich versuche, das irgendwie für mich alles zu retten. Und Petrus sagt, nee, das Ziel eures Lebens seid nicht ihr selbst, sondern das Ziel eures Lebens ist Gott. Das Ziel eures Lebens ist der Himmel, die Ewigkeit. Ihr seid auf einer Lebensreise. Das Ziel zählt und es seid nicht ihr selbst. Das sind nur eigensüchtige Wünsche. Und deswegen passt das jetzt nicht mehr. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr Jesus nachfolgt, sagt Petrus, dann passt das nicht mehr, dass ihr auf euch selbst bezogen lebt. Eure Meinung, eure Überzeugung, euer eigenes, sondern ihr seid dabei, Gott kennenzulernen, von ihm zu lernen, sich von ihm prägen zu lassen. Ihr gehört zu Gottes Familie, auch darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Ihr seid berufen, sagt er. Das heißt, Gott verfolgt einen Plan mit eurem Leben. Wie gut, wenn man das wissen kann, dass dein Leben kein Unfall ist und kein Zufall ist, sondern dass Gott dich berufen hat, gerufen hat. Dass Gott eine Absicht mit deinem Leben verfolgt, dass er deinen Namen kennt und dass er deinem Leben ein Ziel gibt und dich einlädt, auf dieses Ziel zuzuleben. Und was ist dieses Ziel? Was ist dieser Plan für dein Leben jetzt? Also das Ziel in Ewigkeit, das fassen wir auch für heute mal unter dem großen Wort Himmel, zu Hause sein bei Gott zusammen. Aber schon hier und jetzt hat das Konsequenzen. Und Gottes Sehnsucht ist, dass sein Charakter auf dich abfärbt, wenn du ihm folgst, wenn du ihm hinterher lebst. Petrus sagt hier im Vers 15, Gott ist heilig und deswegen sollt ihr das auch sein. Und das ist nicht eine moralische Latte, über die du gefälligst zu springen hast, sondern es ist Gott mit dir durch und fertig, sondern das ist ein Versprechen, das ist eine Zielformulierung, das ist ein Herzenswunsch von Gott, dass sein Charakter auf die abfärbt, die ihm vertrauen und die ihm hinterher leben. Und das, sagt Petrus, das zeigt sich dann auch im Lebensstil von Christinnen und Christen, wie ihr andere behandelt, nach welchen Werten ihr lebt, wie ehrlich ihr seid, worauf ihr hofft, wie versöhnlich ihr seid da, wo Streit ist, wie hoffnungsvoll ihr seid da, wo andere Angst haben. All das wünscht Gott sich, dass es von ihm her abfärbt und dass er dein und mein Leben prägt. Ich finde, das ist nicht einfach Wunschdenken, sondern eigentlich ist das Zieldenken. Wenn es wirklich wahr ist und weil es wirklich wahr ist, dass dein Leben als Christin, als Christ auf Jesus Christus gerichtet ist und dass von ihm her eine Zielrichtung in dein Leben kommt, dann steht dieses Ziel fest und dann lebst du, dann lebe ich, dann leben wir gemeinsam in Richtung Ewigkeit. Also es ist doch nur logisch, dass sich auch unser Leben hier und jetzt, Montag, Dienstag und nächste Woche ausrichtet in diese Richtung, in Richtung Ewigkeit. Mitten in den Umständen, die alles andere sind als easy. So war es damals bei den Leuten, an die Petrus diesen Brief geschrieben hat und so ist es vielleicht auch jetzt gerade bei dir, heute, diese Woche, in diesen Monaten. Aber Gott sieht das und Gott weiß das. Und diese Umstände haben nicht das letzte Wort in deinem Leben, sondern Gottes Ziel, Gottes Begleitung, Gottes Richtung für dein Leben, das hat das letzte Wort. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn die Umstände dir Angst machen, wenn du dich fremd fühlst, hab keine Angst. Das hat alles nicht das letzte Wort über dein Leben, das hat Gott. Und er wird dafür sorgen, dass du das Ziel deines Lebens erreichst. Manchmal fällt uns das schwer zu glauben. Und dann hilft es mir, dafür zu beten und mir von Gott das im Gebet auch neu dicht zu machen, zusprechen zu lassen, klar zu machen, dass das so ist. Und da würde ich dir anbieten, dass wir das mal zusammen versuchen. Und ich lade dich ein, mit mir zu beten und eine neue Gewissheit zu tanken von Gott her, dass dein Leben bei ihm ein Ziel hat und dass sein Wort über deinem Leben das Entscheidende ist. Wir beten. Gott, ich bitte dich, dass du kommst in die Sorgen und die Umstände meines Lebens. Diese Woche. Heute. Jetzt. Du weißt, was mich verwirrt und was mich sorgt in dieser Zeit. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dich im Blick zu behalten. Danke, dass du wirklich da bist. Danke, dass du wirklich für mich da bist. Und danke, dass du mir helfen wirst, an dein gutes Ziel zu kommen. Danke, dass dein Wort über meinem Leben am Ende zählt. Ich vertraue dir. Amen. Wie denkst du über das Ziel deines Lebens und was Gott damit zu tun hat und die Reise und die Etappe, in der du jetzt gerade vielleicht unterwegs bist, wo du dich gerade vielleicht auch fremd fühlst? Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de, wenn du magst. Und nimm das mit in deine neue Woche. Ja, das Leben in unserer Welt ist oft eine Achterbahn. Manchmal wunderschön, manchmal furchteinflößend. Aber wenn du in all dem Gott vertraust, dann wird dein Leben nie ein Zufall sein und nie ein Unfall sein. Denn Gott hat das letzte Wort in deinem Leben. Und er will dich unterwegs segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Ein Podcast mit Jörg Dechert Untertitelung des ZDF, 2020